Hey, 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 hey. Servus miteinander, es ist Zeit für das Fazit zum Spiel FC Augsburg gegen RB Leipzig. Wir spielen 2 zu 2, meine Stimme ist noch richtig, richtig angeschlagen. Es war ein absolutes Fußballfest im Stadion, hat richtig, richtig Spaß gemacht dieses Spiel. Unsere Mannschaft, um allein nochmal zu zeigen, was für einen Aufwand sie da betrieben hat an diesem Tag mit über 300 Sprints. Das ist ein Wahnsinnswert, von der Intensität her haben sie wirklich alles reingeworfen. Man muss natürlich jetzt über die Gegentore sprechen, da sah man nicht gut aus. Man muss über den Elfmeter sprechen, wofür ein Damen einfach nicht raus muss. Das soll uns hier beschäftigen, aber grundsätzlich natürlich das ganze Spiel, Ausblick auf die kommenden Spiele plus die Tabelle und so weiter und so fort. Spielernoten machen wir natürlich auch noch. Ja, dann legen wir einfach mal los, Daumen hoch, wenn es euch schon mal gefällt und ihr Lust auf das Video habt. Und wir fangen, würde ich sagen, an so ein bisschen mit dem Spiel. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, finde ich, in der ersten Halbzeit, wo RB dann die erste Chance hatte durch Olmo, der Kopfball, wo wir einfach nicht gut verteidigen in der Luft. Und Finn Damen hält da einfach auch wieder überragend. Also was der auf der Linie rausgefischt hat, hier auch gegen Xavi Simmonds einmal den Distanzschuss. Da waren einige Dinger dabei, wo er auch seine Qualität zeigt, plus den Elfmeter. Auf der Linie ist er einfach stark. Ja, sonst kann man nicht von RB, nicht viel, aber auch nicht von uns. Jetzt zwingt was nach vorne, aber das Spiel hat sich so neutralisiert und es war jetzt auch nicht unverdient, dass wir am Ende in Führung gehen. Wir hatten in der 30. Minute eine gute Phase, wo Elvis Rexpitschein nach einer tollen Flanke von Mbavu setzt sich da klasse durch, offensiv. Der Kevin hat allgemein ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr aktiv nach vorne. Ja, und Elvis trifft leider den Ball nicht gescheit am langen Pfosten. Und das war schon so diese Marschroute. Ja, wir sind im Spiel, wir können das hier gewinnen. Die Mannschaft hat an sich geglaubt, die ganzen 90 Minuten, das hast du auch gemerkt. Und dann kurz darauf, super Ballgewinn von Jakic und Iago da auf der linken Seite, doppeln da den Leipziger Spieler, ich weiß nicht, wen es war. Dann kriegt Iago den Ball zu Vargas in die Mitte gesteckt und Ruben einfach mal beherzt draufheizen den Ball. Aus der Distanz, hat er richtig Karacho, Gulaschi hält und dann per Abstauber, Pipo, Philipp Tietz steht richtig und nagelt das Ding mit links, meine ich, ein, ins lange Eck. Super Abschluss, nimmt den Ball direkt, braucht nicht lange diesmal und schweißt das Ding einfach ein. Und wir gehen nicht mal so unverdient in Führung bei Philipp Tietz, muss man echt sagen. Zwei Tore mit links, zwei Tore mit rechts, ein mit dem Kopf, also er macht es so mit allen Körperteilen gefühlt. Hat mich vor allem für ihn sehr gefreut, weil er hin und wieder ja auch in der Kritik hier steht, war aber ein super Tor. Dann, nach der Führung, war auch wirklich eine gute Phase von uns, sogar eine kleine Druckphase, muss ich sagen. Da hat Leipzig dann schon leicht geschwommen, aber wie sie halt so sind, Ball ist so rechts ein bisschen unterwegs und viele Spieler von uns im Ballnähe. Ich glaube, Elvis versucht sogar noch den Ballgewinn, der Ball landet dann leider beim Leipzger und die verlagern dann halt immer auch die Seiten sehr schnell, ist mir aufgefallen und sind halt im Umschaltspiel mit die beste Mannschaft der Liga. Und dadurch, dass wir so viele Spieler in Ballnähe hatten, auf dem Ballgewinn ja auch oft gehen, mir gefällt es ja auch, gibt es natürlich ein gewisses Risiko, wenn auf einer Seite viele stehen, dass die andere Seite ballfern sehr frei ist. Diesen Raum erkennt halt dann David Raum, steht viel zu frei bei der Flanke. Kevin Mbappu versucht dann noch rauszurücken, die Flanke irgendwie zu stören. Aber ja, David Raum kann nun mal sehr schöne Bälle reinspielen, die ist punktgenau, wie Openda den auch macht, ist dann schon auch Spitzenklasse. Die Qualität musst du dann einfach auch der Einzelspieler anerkennen. Udo Kai kann da vielleicht ein bisschen näher am Mann stehen, entwischt ihn ein bisschen, muss da einfach versuchen, besser zu verteidigen. Aber an sich, ja, fängt der Fehler halt schon an mit dem Umschaltspiel, dass der Raum auf der Linksseite zu frei ist. Schwierig zu verteidigen dann in dem Moment, weil man geht auf den hohen Ballgewinn, was grundsätzlich ja auch nicht falsch war. Ja, dann kam Leipzig auch ein bisschen nochmal mit einem Schuss von Openda auf Spitzenwinkel, der vorbei schlägt. Und dann war es halt ganz bitter aus der Halbzeit raus. Wir haben wieder mutig angefangen. Ja, jetzt Torrupp hält der grundsätzlich schon mal echt gute Ansprachen, kriegt die Jungs dann nochmal. Und dann kommt wirklich auch von der anderen Seite wieder so eine Halbfeldflanke. Viel zu frei, wieder ohne Gegnerdruck, kann der Ball reingespielt werden. Aber wie Xeschko den dann auch macht, also das ist ja wie aus dem Lehrbuch, in den Winkel, so ein bisschen sogar in Rücklage köpft er den ein. Also das muss man dann irgendwo anerkennen. Kann man das Ding besser verteidigen? Definitiv schon bei der Flanke mehr stören. Da hat Leipzig, ich glaube, Olmo hat auch den Ball geschlagen. Klasse Kicker, einfach Qualitäten bei hohen Bällen, bei Flanken, das hat man auch schon gesehen gegen Union, da haben sie zwei Standardtore gemacht. Ja, Jeff kann vielleicht noch versuchen, irgendwie an Xeschko dran zu bleiben, aber ganz ehrlich, extrem schwierig, weil er es sehr gut macht. Er löst sich da nach hinten, dass er den da so ins Kreuzwerk köpft. Maximal bitter für uns, hat Jessu auf der PGA gesagt. Auf einmal legst du zwei ins Hinten, machst halt einfach eigentlich ein gutes Spiel. Entschuldigung. Und das ist dann halt einfach auch die Qualität eines Teams wie RB Leipzig. Das muss man einfach anerkennen, egal was man von ihnen hält. Dann aber hat die Mannschaft wieder mal eine Reaktion gezeigt. Mit Rückständen kommen wir gut klar, das haben wir auch dieses Jahr schon bewiesen, haben die meisten Punkte nach Rückstand geholt in der Liga. Ja, das war dann einfach geil. Wieder Jakic, der, naja, was heißt Jakic? Jakic, wir klären den Ball hinten, ich glaube Jensen klärt den Ball aus den 16ern, das war ja glaube ich nach dem Simmenschuss, wo Dame in Weltklasse hält, dann spielt Olmo den Ball rein, direkt zu einem unserer Spieler. Ich meine, es war Freddy Jensen. Jensen spielt dann zu, meine ich, Vargas raus, sehr geschickter Ball. Ruben Vargas hat diesen Geistesblitz, den Ball super in den Raum zu spielen. Und da ist Jakic auch super mitgelaufen, er kennt diesen Laufweg. Also der hat ein brutales Spiel gemacht, unser 6, unser neuer Zugang. Spielt dann auch geschickt im richtigen Moment den Ball zu Demi, der dann im 1 gegen 1 steht. Und wir wissen, dass er sich mittlerweile so durchtanken kann. Er ist kein Edeltechniker, kein Dribbler. Aber wenn man ihm im 16er so ins 1 gegen 1 gehen lässt, dann wuselt er sich oft durch, macht einen klasse Übersteiger. Dann auf seinen Rechten, wie er den Abschluss nimmt, das ist schon extra klasse. Also Demi ist wirklich vom Tor voller Selbstvertrauen aktuell, seitdem er da im Doppelsturm spielt, ist er wirklich für diese Mannschaft von unfassbarem Wert. Weil er in diesem letzten Drittel einfach immer eine Aktion im Spiel hat, wo er zu einer 100%igen kommt. Und das war ja nicht mal so eine 100%ige Idee, er arbeitet er sich selber. Und einfach immer wieder eine Torbeteiligung hat. Das muss man echt sagen. Demi, großes Kompliment, falls du das siehst, hier irgendwie hörst. Das ist brutal. Also ich glaube, ganz Augsburg ist froh, dass er bei unserer Mannschaft ist. Also nicht nur charakterlich, ein absoluter Capitano in dieser Truppe. Diese Entwicklung ist schon bombastisch. Wie er den auch einschweißt, einfach so ein richtiges Traumtor. Voller Wille, einfach rein, drauf aufs Tor. Mit 100 kmh, gar nicht in den Winkel gezielt, sondern einfach drauf geschweißt. Herrlich, ich liebe solche Tore, wenn Stürmer so vor Selbstvertrauen platzen. Das merkst du bei ihm einfach. Ja, geiles Tor, Kontertor. Wir schalten super um. Die RB-Stärke sozusagen haben wir auch drauf. Also wir können auch gut umschalten. Sehr geil, 2 zu 2. Dann war es ein offenes Spiel. Man hat halt gemerkt, dass wir immer mehr an dieses Ding glauben. Es war auch ein Dreier drin, ganz ehrlich. Und dann kam dieser hohe Ball in den 16er. Und dann kommen wir wieder zu Fynn Dahmen, der einerseits hier eine absolute Weltklasse-Partie macht. Er hat die drittmeisten abgewehrten Schüsse aufs Tor. Jetzt habe ich es nochmal bestätigt bekommen. Der Liga auf der Linie, was der da weggefischt hat. Wieder sensationell. Aber dann bei diesem hohen Ball-Thema Strafraumbeherrschung, Kontrolle. Gerade bei Flanken. Viele unglückliche Entscheidungen. Und die war auch tödlich. Geht er raus in einer Szene, wo er, finde ich, nicht raus muss. Und wenn er rausgeht, muss er nun mal den Ball spielen. Er muss hinkommen. Das selbe Thema hatten wir schon bei Gladbach, wo er vorbeiflutscht. Hier trifft er dann Simakar voll im Gesicht. Klarer Elfbeter. Muss man überhaupt nicht drüber diskutieren. Muss er wirklich vom Timing her an sich arbeiten. Wenn er das schafft, dann ist das wirklich ein super, super Bundesliga-Keeper. Aber hier hat er scheinbar doch einfach eine kleine Schwäche, die offensichtlich ist. Unnötig. Der Elfbeter. Dann aber auch von Openda. Brutal schwach geschossen, muss ich ehrlich sagen. Also weiß nicht, warum. Weder seitlich platziert, weder hart geschossen. Finn Dahmel entscheidet sich Gott sei Dank für die richtige Ecke und holt ihn raus und macht seinen Fehler wieder gut. In der Hinsicht ist dann ja auch alles gut gegangen. Und ja, da kann man auch Finn dann auch wieder loben, dass er den rausfischt. Ein kleiner Elfmeter-Killer ist er ja. Ja, das kann er. Und ja, dann hat sich die Phase so ein bisschen hinten aus zum, ja, Tiers Torob auch so beschrieben, offenen Spiel entwickelt, weil beide Mannschaften gewinnen wollten. Aber so eine Riesenchance gab es dann letzten Endes nicht. Beide Teams sind so ein bisschen dann im Keim erstickt und hatten aber immer wieder gute Momente, wo sie halt nicht dann konsequent genug ausspielen konnten. So kann man es, finde ich, sagen. Ja, blicken wir ein bisschen noch auf die Statistiken so des Spiels, würde ich mal vorschlagen, bevor man dann zu Spielernoten und alles Mögliche noch kommt und Tabellenblick. Ja, ihr seht es hier nochmal, die Torschützen, ganz wichtig hier, X-Goals-Wert 0,91 zu 1,76 spricht für RB, aber ein Elfmeter addiert das Ganze um 0,81, glaube ich, so um den Dreh. Sprich, zieht man jetzt mal den Elfmeter ab, aber der gehört nun mal auch dazu, zu X-Goals, wäre es sogar aus dem Spiel heraus ein ausgeglichenes Spiel. Und so hat es auch für mich als Außenstehender gewirkt, dass es ein offenes Spiel war, zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Und das ist ja schon ein Riesenkompliment für uns gegen so eine starke Truppe. Aber ihr kennt es ja da im 4-6-Schüsse aufs Tor, hier auch ähnlicher Bereich, 7-3 off-Target, also wir haben es öfters probiert, aber halt daneben geballert sozusagen. Aber man sieht, auch in Sachen Ballbesitz kann man richtig zufrieden sein, 50-50 nahezu. Hier werden wir stärker. Jeder, der sagt, der FCA ist eine reine Destroyer-Mannschaft oder so, also jetzt nicht aus unserer Fanszene, aber aus anderen Fanszene. Letztes Jahr bin ich da noch mitgegangen, unter Jess Torup sind wir das nicht mehr. Nach dem spielerisch schwächeren Spiel in Bochum, das lag aber auch einfach an der Spielart dann beider Mannschaften, an dem Rasen, haben wir hier wieder rein optisch echt einen guten Auftritt gezeigt, auch vom Spielerischen. Also das muss man so einfach erwähnen. Ballbesitz, 78 Pässe, 300 zu 461. Hier Leipzig, klar, die Aktivität, aber eine Passgute von 78% zu 85% ist für uns im Okay-Bereich. Kann man absolut mit leben, gerade wenn man auch bedenkt, dass wir ja auch sehr gerne vertikal spielen wollen und auch den schnellen Weg nach vorne suchen, ist das 78% ein guter Wert. Distance Run, diesmal unter 120 Kilometer, aber die Sprints, die Intensität der Laufwege, boah, 301 Sprints unserer Mannschaft. Jungs wirklich ungelogen, ich habe es ja nach dem Spiel auch die Interviews gesehen, alle waren fix und fertig. 300 Sprints ist schon wirklich ein außergewöhnlich hoher Wert und da kann man auf jeden Fall den Jungs auch ein großes Tribut zollen, sehr, sehr stark. So etwas sehen wir in Augsburg natürlich unfassbar gerne, wenn die Jungs hier alles reinschmeißen. Zweikämpfe sogar, Leipzig einen Ticken vorne, Ecken 1 zu 3. Bei Thema Ecken, ja, müssen wir aufpassen, in der ersten Halbzeit wurde gleich die erste Ecke wieder gegen uns richtig gefährlich. Das ist auch so eine Sache, müssen wir halt uns einfach steigern bei Sachen, hohe Bälle, Flanken, auf dem langen Pfosten, ruhende Ball, Strafraumbeherrschung, Damen, das ist ein Thema, defensiv, das wird auch erstmal ein Thema bleiben. Vargas drei Schüsse, einmal auch ans Außennetz, da war mehr drin, den kann er machen, weiß er selber. Ihm würde, glaube ich, nochmal so ein Tor richtig gut tun, aber er hat ein super Spiel gemacht, dazu spielt er noch mehr. Laufstärkster Spieler war Elvis mit 11,9, er tauchte ja öfters auf, diese Stärke von ihm kennen wir. Schnellster war Jago und direkte Duelle gewonnen hat am meisten Kevin Mbappo, also hier auch wirklich ein Aktivpost, zwar auch mit einigen Ballverlusten vorne, weil er viel Risiko gegangen ist im Ballbesitz, aber auch an sich eine sehr gute Entwicklung bei Kevin Mbappo. Genau, also, dann würde ich sagen, blicken wir auf die Spielernoten, bevor wir noch auf Tabelle und Rückrundentabelle gehen, ja. Damen, wie gesagt für mich, so eine 2- bis 2, wäre es sogar eine Meganote geworden, hätte er nicht diesen Fehler gehabt, weil er da einfach, wenn er rausgeht, wo er das Foul macht zum Elfmeter, den Ball einfach spielen muss, da muss er sich steigern, er macht seinen Fehler wieder gut, darum reicht es für mich sogar zu so einer 2er, 2er, 2-Bereich. Es lindert einfach ein bisschen die Note, ja, das darf nicht passieren, dass er da rausgeht und dann den Ball nicht kriegt und sogar noch einen Elfmeter provoziert von den Gegner. Das zieht einfach hier runter, sonst hätte man hier definitiv ohne das Ding auch über eine 1 reden können, aber das lindert es ein bisschen. Aber Damen, ganz ehrlich, es gibt immer wieder Kritiker an ihm, weil er einfach immer wieder diese kleinen Problemchen im Spiel hat, aber an sich vom Potenzial her auf der Linie und im 1 gegen 1 ist das wirklich ein sehr, sehr guter Torwart, das muss man echt sagen. Mbappu, Entwicklung ist und bleibt positiv, wieder unglaublich viele direkte Duelle gewonnen, wie ihr gesehen habt, defensiv ackert er viel, beim ersten Tor gut, nicht wirklich seine Schuld, weil die Verlagerung genau richtig gespielt war und dann konnte er nicht mehr rechtzeitig rausgehen gefühlt. Nach vorne hat er sehr riskant gespielt, hat mir gut gefallen, öfters auch Dribblings gewonnen. Ab und zu ist ein Ticken übertrieben dann, aber auch, weil es scheinbar öfters geglückt ist und dadurch halt auch Ballverluste gehabt, wo er halt einfach aufpassen muss, dass er da sauberer dann nochmal bleibt, nicht zu viel riskiert, aber an sich ein guter Auftritt von mir, eine 3, weil er einfach diese Ballverluste auch einfach offensiv hatte und aber an sich ein gutes Spiel von ihm war. Jeff bekommt von mir eine 2 minus, man kann nur beim zweiten Tor auf der drüber sprechen, kann er da Scheschko mehr stören, ansonsten wieder ein super Auftritt, fehlerlos, mit Ball gut, Spieleröffnung gut, Leadership gut, absolut in Ordnung. Udo Kai beim ersten Tor, kann er da was machen gegen Openda, weiß nicht, paar Mal gut geblockt. Kickt von mir eine 3, ein Ticken schwächer als Jeff, der die 2 minus kriegt. Iago sehr bemüht, leitet auch hier mit das erste Tor ein, wo er den Ball dann halt auch reinspielt auf Vargas, der dann den Schuss nimmt und Tietz dann einschlägt, auch von mir ein gutes Spiel. War jetzt nicht viel zu meckern, ist für mich auch so ein Dreier wie bei Kevin Mbavu, hatte weniger Ballverluste, dafür eine Offensive, aber nicht diesen extremen Impact wie in Mbavu. Daher kann man sie, finde ich, gleich bewerten. Ja, Kic war für mich im Stadion, ganz ehrlich, wie viele Zweikämpfe der gewonnen hat, zweite Bälle für uns geholt hat. Es fällt, glaube ich, vielen vielleicht gar nicht so auf, es war echt stark. War für mich einer der besten Auftritte auf der 6 in dieser Saison überhaupt von unserer Mannschaft. Davor hat gerne mal Dorschi da gespielt und dann Rex. Da haben wir auch gerne mal im 4-4-2 mit einer Doppel-6 gespielt. Aber ja, Kic, Thema Laufwege, Räume zustellen, intensive Läufe, Zweikämpfe führen, wirklich ein Gewinn. Man sieht, dass er europäisch gespielt hat, auch wenn er Bälle gewonnen hat, hat er die öfters auch unter Druck gleich zum Mann gespielt, nicht dumme Entscheidungen getroffen. Ist schon ein Qualitätsspieler, also vor allem für uns in Augsburg. Also auch, Jungs, ich hatte neben mir ein paar Leute, zwei aus Amerika sitzen, die haben auch gesagt, der 17er ist echt richtig stark. Die kannten unseren Kader nicht so gut. Und das kannte ich nur bestätigen. Jakic ist für mich tatsächlich an diesem Tag 1-. Hätte er noch irgendwie einen Scorer gehabt, also sogar auch mal eine Flanke geschlagen, irgendwie hätte er... Ja doch, er tut ja eigentlich das zweite Tor vorbereiten. Den Pass auf Demirovic spielt ja eher, was sich auch im Raum zeigt, und beim ersten Tor gewinnt er auch den Zweikampf vorm Tor. Also es ist eigentlich fast eine 1, aber so 1 mit Sternchen reicht es mir jetzt noch nicht. Es ist eine 1-Jaggitsch für mich. Man of the match. Verstehe überhaupt nicht, warum der bei Bundesliga bei den Top-Fantasy-Playern nicht auf 1 ist. Wahrscheinlich schauen die die Spiele dann auch nicht so genau. Es war ein wirklich geiler Auftritt von ihm. Hat richtig Spaß gemacht, so einen guten Sechser bei uns zu sehen. Was der auch einfach an Räume horizontal zugestellt hat. Auf beiden Seiten ja immer unterwegs. Echt stark. Jensen und Elvis, kann ich kurz machen, hatten, finde ich, ein sehr ähnliches Spiel. Halt viele Defensivaufgaben. Vor allem Jensen hatte Xavi Simmonds ein bisschen so im Schach. Also viel mit ihm zu tun, musste ihn verteilen. Rechtsbetscher auf der anderen Seite. Auch viele Löcher gestopft und unglaublich viel gelaufen. Dadurch, dass sie halt viel zustellen mussten und auch einfach nach hinten arbeiten mussten. Beide ist es dann halt so, dass sie in der Offensive ein bisschen untertauchen. Aber es war halt gegen Leipzig auch zu erwarten. Für mich sind beide so im 3-3-Minus-Bereich. Kam jetzt nicht so viel nach vorne, um da jetzt wirklich eine 3 zu geben. Da wünsche ich mir einfach dann einen Ticken mehr. Mal eine Szene, wo einer von beiden vielleicht um 16 eine gute Aktion hat. Jensen hatte mal einen Distanzschuss. Rex Bitscher hatte den Abschluss, wo er den Ball nicht trifft. Nach Flanke im Barwurf im Langenforsten. Ich weiß nicht, ob ich da zu kritisch bin bei den Jungs. Ich erwarte einfach von einem Achtern einen Ticken mehr Kreativität und Impact fürs Offensivspiel. 3-Minus. Es war aber auch ein okay Spiel von beiden. Rex hat mir zu Hause wieder besser als auswärts gefallen. Kann ich wieder bestätigen. Jetzt bin ich gespannt gegen Mainz, wie er es aufstellt. Und dann, falls Rex spielt, ob er da besser spielt als jetzt gewohnt in der Fremde. Aber wie gesagt, 3-Minus. Ich kann nichts Besseres bei ihm geben. Vargas war sehr untriebig. Also Jess ist mit ihm scheinbar auch sehr zufrieden auf dieser Position. Hat sich links mal gezeigt, mal rechts. Spielt diese Position immer variabler. Muss er auch erst kennenlernen, diese neue Zehner-Aufgabe für ihn mit viel flexiblen Aufgaben, auch auf Flügeln auszuweichen. Hat mir gut gefallen. Meiste Torschüsse abgegeben im Volley. Da kann er machen. Hat dann sozusagen das erste Tor indirekt vorbereitet mit seinem Abschluss. War auch einfach so ein Unruheherd. Aktivposten vorne. Hat die Leipziger beschäftigt. Kriegt von mir hier sogar 2-Minus. Ist das ein bisschen zu gut bewertet? Könnt ihr entscheiden. 2-Minus, weil er eigentlich schon einen direkten Assist hatte. Hat mir gut gefallen. Es war jetzt nichts Überragendes, aber eine 2-Minus mal auch kann man, finde ich, schon mal geben. Philipp Tietz trifft am Ende. Arbeitet viel. War Zielspieler. Macht viele Bälle fest. Fand ich ein gutes Spiel wieder von ihm. Hat dann wirklich dieses super Tor gemacht. Arbeitet, tackert, ackert. Am Ende wird ein Stürmer auch durch Scorer und Tore bewertet. Und dadurch kriegt er von mir auch eine 2-Minus. Und Demirovic genau das Gleiche. Unfassbar viel am Arbeiten. Hat ständig auch sich als Unruheherd gezeigt. Auch wenn er nicht dann immer durchkam, hat er einfach die Leipziger Defensive beschäftigt. War ein gutes Spiel. Das ist ein Tor von ihm. Das ist dann einfach individuelle Klasse. Daher bewerte ich ihn sogar einen Ticken höher als Tietz und gebe ihm die 2. Weil er einfach gefühlt noch ein bisschen mehr Unruhe gestiftet hat. Er macht dann einfach ein Tor, wo so wenig Stürmer machen. Er macht es ja auch häufig so mit einem Fernschuss, Distanzschuss. Hier auch ein Übersteiger. Also daher für mich eine 2. Bei Demirovic für mich war aber Jakic an diesem Spieltag der beste Mann auf dem Feld. Weil er indirekt ein Tor direkt vorbereitet, das zweite Tor mit dem Zweikampf einleitet und allgemein so viel zugestellt hat. Könnt mir da auch gerne eure Meinung schreiben, wie ihr das Ganze seht. Habe ich hier jemanden zu schlecht bewertet? Kommt einer zu gut weg? Ja, bei Noten ist er eh immer so ein bisschen auch eine objektive Sache, wie es jeder für sich sieht. Wer mir auch noch sehr gut gefallen hat von der Bank, Engels. Hat dann wirklich ein bisschen noch für Action gesorgt. Kann man auch mal überlegen, ihn startzulassen. Und noch Arne Mayer. Arne Mayer hatte unglaublich wenig Minuten, auch für das, was ich aus dem Stadion gesehen habe. Technisch sehr saubere Momente. Hat auf dieser Zehner-Position einen Doppelzehn gespielt mit Pep BL. Mir gut gefallen. Also Arne Mayer hat sich wieder bewährt als Joker. Könnte man auch langsam mal überlegen, ihm mehr Minuten zu geben oder auch mal starten zu lassen. Er macht auf jeden Fall aktiv auf sich aufmerksam. Pep BL war nicht so wirklich im Spiel ansatztechnisch, aber alles auch bei ihm gut. Und er hat ja auch nicht voll trainiert. Letztes Mal muss man hier auch bewerten. Ja, Tabelle, Leute, ist wie folgt. Wir machen den Platz gut. Da Wolfsburg patzt, ziehen wir an ihnen vorbei. Es ist eng, es ist furchtbar eng. Keiner darf sich zu sicher sein. Köln kann heute noch zum Beispiel mit einem Sieg gegen Hoffenheim auf 18 springen. Und dann wären es zum Beispiel nur noch fünf Punkte vom Relegationsplatz. Auch Mainz spielt heute noch. Schweres Spiel in Stuttgart. Muss man natürlich abwarten, was dann am Ende rauskommt. Aber ihr seht, falls Köln das Ding einfach heute zieht gegen Hoffenheim, muss man abwarten, wäre das auch wieder unglaublich eng. Jetzt kommen für mich so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Haben wir gestern im Heißmacher-Talk auch besprochen. Direkte Duelle, wo du, wenn du Spiele verlierst, auch ganz schnell unten reinrutschst. Gewinnst du das Spiel, ziehst du halt weg. Darauf kommt es jetzt an. Darauf kommt es jetzt einfach an. Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen. Der Blick sollte weiterhin erstmal noch nach unten gehen, solange nichts sicher ist. Mit Klassenerhalt und Rückrundentabelle. Muss man echt sagen, wir haben ein Spiel nur verloren. Das ist dann das Spiel gegen, war das gegen Bayern? Ja, das war gegen Bayern. Leverkus zählt ja noch nicht zur Rückrunde. Es war der 17. Spieltag. Zwei Unentschieden, ein Sieg. 7 zu 7 Tordifferenz. Macht Platz 8. Der Trend ist gut. Es waren auch harte Spiele da dabei. Das darf man jetzt einfach nicht vergessen. Und jetzt kommt es irgendwie drauf an. Schauen wir jetzt einfach mal auf den Spielplan. Leute, hier. Wir spielen jetzt in Mainz. Ein Team, das richtig Probleme hat. Im letzten Drittel auch gerade mit dem Abschluss. Da müssen wir den Anspruch haben, was mitzunehmen. Dann spielt man zu Hause gegen Freiburg, die auswärts wirklich Probleme haben. Und dann geht es nach Darmstadt. Aktuell, zumindest Stand jetzt, Tabellenletzten. Jetzt wird so ein bisschen in Gladbach einen Punkt geholt haben. Es gehen Wochen der Wahrheit los. Hier kommt es drauf an, das zu bestätigen, was wir sehen, gegen auch Teams auf Augenhöhe oder wo man vielleicht so einen Ticken stärker ist. Vielleicht gegen Darmstadt kann man so sagen. Auf jeden Fall vom Kader her sind wir auch besser besetzt. Da musst du jetzt zeigen, dass wir uns wirklich mit Yes auch nach vorne entwickeln. Ich bin enorm heiß auf diese Spiele, weil, nennen wir es wie es ist, Wochen der Wahrheit. Verlierst du hier zwei Spiele in Folge, steckst du wahrscheinlich dann auch wieder unten drin im Abstiegskampf. Zumindest was den Relegationsplatz angeht. Und so schnell kann es auch gehen. Deswegen werden diese Spiele unglaublich wichtig für unsere Mannschaft. So, das war das Fazit zum Spiel, meine Lieben. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ja, dieser FCA momentan ist einfach irgendwie was Spezielles. Die Heimspiele, alle haben Bock gemacht. Bis auf das Spiel gegen Bochum war spielerisch auch deutlich einen Aufwärtstrend aktuell zu erkennen. Aber jetzt kommt es drauf an. In diesem Sinne danke ich allen Kanalunterstützern, den Kanal auch mit Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr auch alle die Mitgliedschaft hier verlängert habt. Habe ich schon gesehen. Freut mich natürlich absolut mega. Und ja, auf eine schöne Woche. Schauen wir mal, was für Themen im Gepäck sind. Und mal gucken. Und dann gilt es sich einfach auf Mainz schon langsam auch vorzubereiten, weil das ist dann so ein wirklich Sechs-Punkte-Spiel. In diesem Sinne hoffe ich euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao. Ciao.